So, guten Tag, liebe Leute, wir sind zurück. Letztes Mal, wo wir waren. Und damit ich nicht zu da rum irre, hab ich online ein bisschen nach einer, beziehungsweise auf YouTube nach ein bisschen nach einer, nicht einer Lösung, aber ich hab mir ein bisschen die Folge angeguckt, dass ich nicht zu dumm umlauche. Nehmen wir auch schon auf. Ja, nehmen wir auch hier. Neine kleine Lösung angeguckt. Ich weiß nicht, in welchem Jahr wir sind. Was ist denn das? Oh, ich hab noch mal gesehen. Er ist hier. Er ist hier. Wie ist denn hier? Oh, seit wann hängt da eigentlich so drauf? In welchem Jahr sind wir jetzt eigentlich nochmal? Was ist hier los? Ach, du Scheiße. Oh, meine Güte. Oh, meine Güte. Was war denn das? Bitte. Ich muss hier raus, bitte. Boah. Oh, meine Güte. Was war denn das? Welchen Jahr sind wir gerade? Ich zieh ihn hier nochmal weg. In den Jahren. Die grüne Kerze muss bestimmt in den grünen Bereich, oder? Hey, doch, dein Maul, wirklich? Oh. Ich nehme jetzt hier gerade ein Halloween auf. Ich glaube, das ist nicht so das Schlaueste. Was war denn das? Oh. Was war das? Oh. Oh. Boah. Mach die Tür zu. Mach die Scheiße. Mach die Tür zu. Die Tür zu. Oh. Bitte. Schnell. Weg hier. Oh. Warum war denn das letzte Folge noch nicht da? Oder wo waren wir jetzt? 51, oder? Ich will, ich will es gar nicht wissen. Ich will, ich will es nicht wissen. Du Scheiße. Wo war es denn 51 hin? Oh, haben wir nur 87? 82? Welche Kerzen haben wir jetzt eigentlich? Haben wir jetzt beide Kerzen, oder nur noch? Oh, ich habe die andere Kerze da gelassen. Warum? Ich habe Angst. So, okay. Wir gehen mal 1987. Ich hoffe mal, dieses komische Monster ist nicht hier. Aber es war letztes Mal noch nicht da. Habe ich letztes Mal die Kerze übersehen, oder? Es kommt mir so, falls ich will, jedes Mal, wenn ich aufnehme, sind die Sachen gar nicht hier. Also, ich zeige ich hier mit den Nummern auch. Haben wir nur 87 schon? Oh Gott, was ist denn hier los? Und Jupiter ist Kathedrale. Lockenturm, Grundstein, Weichstuhl, gelber Urgarten, blauer Urgarten, grüner Urgarten, roter Urgarten. Warum haben die Urgarten? Müssen wir mal erklären. Runter, so, okay. Ja, legen wir mal ein bisschen was ab. Was brauchen wir denn so? Ja, nicht die Mondkiste brauchen wir eigentlich nicht. Was, wie brauchen wir eine kaputte Staufe? Ich glaube nicht. Hammer, den brauchen wir vielleicht mal so zwischendurch. Oh Gott. Hier ein Sarg, Madison Hale. Stimmt, das E fehlt. Also heißt er auch das Spiel. Und mein Foto war. Dann kommt hier so Musik. Ändert das irgendwas? Ändert das irgendwas am Spiel? Oh, seitdem dieses Vieh hier war, habe ich jetzt irgendwie noch mehr Angst. Aber ich tue mal ein bisschen das, was wir tun sollen. Ich weiß nicht, ob wir hier hin müssen, aber irgendwo müssen wir hin. Ich glaube, der Bereich war sie nicht. Wart ihr schon mal in der Kathedrale, wo Irrgärten waren? Wenn ja, warum sind die da? Warum Irrgärten mit 10.000 Mal demselben Bild? Das ist ja gar kein Sinn, sondern... Ich muss ja vielleicht hier hinstellen. Nö. Ich muss übrigens sagen, mit dem Feuerzeug wäre ich deutlich zufrieden. Oder muss das denn im grünen Bereich bestimmt, oder? Eieieiei. Wir scheint und viel nicht zu sein, oder? Er... Ich weiß ja nicht, wer er ist, aber okay. Okay, also da bin ich schon mal falsch. Nein, nur weil ich mir ein bisschen im Internet was belesen habe, weiß ich ja nicht, dass ich direkt alles weiß. Aber ich muss sagen, die Entwickler sind wirklich gut, was Horror angeht. Grün, okay. Und welche Farbe noch? Rot. Letztes Mal hatten wir blau und gelb. Oh. Hier eine Kerze. Was ist denn das hier? Blocke? War das die Blocke, die ich hörte in der Grafik? Und ich nicht. Hier ist alles grün. Okay. Das hat irgendein Sinn. Was sehen wir, wenn wir hier fotografieren? Genügs. Gut. Dann wählen wir auch nicht. Warum stehe ich so oft, die Color? Die Color of Life, the Color of Peace, the Color of our little angels. Okay. Hier ist grün. Wie ist der Tabelle unter den Gemähten? Naja, also gelb und blau haben wir nicht mehr. Müssen wir da fähig zurück, oder? Hier haben wir jetzt die rote und die grüne. Ich hasse dieses Rätsel. Es ist schlimm. Es ist echt gruselig. Man hat sich hier wirklich verirrt. Also, ihr könnt euch sicher sein, ich werde nie wieder ein Horror-Rätsel-Spiel spielen. Horror-Spiel? Okay. Outlast? Okay. Aber nie wieder Rätsel. Ich bin für Rätsel zu blöd. Äh, aber ich weiß, das ist doch gruselig, oder nicht? Dann müssen wir da für 19, äh, Dingspunks sind. Okay. Bitte mal. Hier steht gerade unter, hier ist eine Tabelle eingezeichnet. Grün muss grün. Ich bin scheinbar im falschen Jahr. Aber ich will nicht nochmal ins andere. Ich habe Angst. Leute, bitte helfen Sie mir. Spenden Sie für einen verängstigten Jungen. Ich bin so froh, wenn dieses Spiel fertig ist. Das könnt ihr gar nicht glauben. Also, ja. Den Titel Gruseligstes Horror-Spiel hat es sich, denke ich, schon verdient. Obwohl ich es an manchen Stellen tatsächlich auch Outlast mit Gruseliger fand. Aber es ist echt, also, es ist gruselig. So ist es nicht. Es ist gerade so an, als würde ich sagen, ach, das ist ja nichts. Das ist ja gar nichts. Das Spiel ist ja nichts. Könnte man ja auch ein kleines Kind vorsetzen, wa? Wo ist ich denn hin? Also, wirklich. Hä? Geht's überhaupt noch raus? Ich hoffe, ich hatte jetzt einen Kreis, oder nicht? Bin ich bekloppt? Ach, hier muss ich raus. Und guck mal mal noch im grünen Bereich. So doof, dass wir kaum rennen können. Das ist, gerade rennen. Das ist laufen. Ach, die Tür ist trotzdem wieder, okay. Was heißt, wir müssen blau und, nee, rot in den anderen, das andere Zeitalter bringen und, ähm, was war denn das? Blau war es, glaube ich. Und rot auch. Gut, 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 gut. Dann haben wir das schon mal fertig. Bei rot waren wir schon drin, ne, gerade, ja. Dann muss ich rot noch rüberbringen und wir müssen blau noch abgrünen. Okay. Nichts leichter als das, wa? Oh Gott, das wird gleich die pure Hölle. Dann stand müssen wir irgendwie 1987 wieder. Ne, das ist der falsche Raum. Ich verirr mich in dieser Kathedrale, wirklich. Also, auf welchen Zweck auch diese Ölgärten haben. Sie erfüllen ihren Zweck. Also, ein Ölgarten ist es tatsächlich. Dann grusel ich mich doch jetzt hier aber gleich wieder. Und dann kommt doch gleich wieder dieses komische Vieh. Och, Leute. Jetzt verstehe ich das erst. Die Gemälde haben immer hier die Farbe. Steht noch eine Jahreszeit oder muss man es raten? So, blau muss unter Maria. Okay. Leute, dann wären wir jetzt ganz schnell... ...ganz schnell durch, da, wa? Oh. Uhahu. Wir schaffen das, Leute. Oh! Wo, wo ist er? Oh! Ach, du Scheiße. Rot. 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 Mutter Maria! Meine Güte. Och, du Scheiße, bin ich halt schreckhaft. Warum sie das hier Ölgärten. Tut der mir auch was an? Wie sieht der denn aus? Kommt der aus Tschernobyl oder was? Äh. Äh! Was, der tötet mich? Warum tötet er mich? Warum tötet er mich? Ja, äh. Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das denn schaffen, wenn er mich tötet? Das ist nicht wahr, oder? Ach, du Scheiße. Ja, und wie weiche ich ihm aus? Ach, du Kacke. Das kannst du gleich skippen, aber irgendwie nicht. Nee, das ist falsch. Ich komme nämlich hier hin. Aber wie weiche ich ihm denn aus? Muss ich wissen, wo ich sofort hinlaufen muss? Oder muss ich ihn fotografieren? Mann, ich will nicht, Leute. Der schreckt mich doch gleich wieder. Erinnert uns das, wenn wir zuerst rot gehen, oder so? Er kommt gleich wieder. Ich sehe es schon. Buh! Vielleicht erschreckt er sich ja vor mich. Er kommt. Warte, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Okay, okay, okay. Was, wenn ich einfach umdrehe? Was passiert dann? Was passiert dann, wenn ich umdrehe? Ich einfach gehe. Vielleicht kommt er hier ja nicht. Okay, er ist weg. Er hat sich ja erschrocken vor mich. Ich glaube nicht, aber vielleicht. Ich glaube, er kommt. Ich muss wenigstens die Kerze absetzen. Boah, ich glaube, sie war es, oder? War es Maria? Nein. Es war Jesus. Ja. Stimmt, ja. Rot Jesus, ja. Okay, ich glaube, er wird aggressiv. Oh! Lass mich vorbei. Lass mich weg. Lass mich weg. Lass mich weg. Wo, wie, wie kann ich denn raus? Tisch ab. Ich will gar nichts von dir. Nenne ich die Zeugen Jehovas? Also machen wir jetzt die Tür zu. Und atmen wir mal kurz durch. Wir entspannen jetzt mal kurz. Und trinken jetzt unseren Tee. Ich habe leider keinen, aber... Ihr habt vielleicht einen... Ja, wie schwer haben wir es denn schon? Oh, schon wäre fast 20 Minuten durch. Das Rätsel ist ja echt schwer. Oder man muss eher darauf kommen. Okay. Du kannst mir gar nichts. Außer mich töten. Ich glaube, das Geräusch heißt, er kommt, oder? Wo online stand und wie? Er kommt doch zufällig. Was ist denn das? Hau da ab! Ja, das Geräusch wird jetzt immer kommen. Oh! Lass mich weg. Lass mich weg. Ja, vielleicht... Wir gehen erst mal mit 87. Jetzt switchen wir mal wieder. Stimmt, ich muss ja auch nur die Kerze rausholen. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich muss ja gar keine hinbringen. Wir haben jetzt schon zwei da. Und zwar... Gelb und... Grün. Oder war es rot? Nee, rot war es gerade. Ich wäre nur, dass er mich nicht tötet. Darum geht's ja. Ich muss ja überleben. Ich will hier nicht alles die ganze Zeit normal machen. Da habt ihr auch wenig Lust drauf. Ich glaube, er kommt gleich. Ah, nee. Blau war richtig. Blau war richtig. Blau war richtig. Blau war richtig. Scheiße. Oh! Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Das ist gar nicht gut. Das ist nicht gut. Hau ab. Keiner mag dich. Keiner mag dich. Ich verspreche es dir. Keiner will dich sehen. Keiner mag dich. Er ist sogar hier drin, ist schon. Kann ich mir mal ein Kreuz in die Hand nehmen? Und... Ich glaube, es bringt nicht viel. Wir müssen fliehen. Wenn er sogar schon in so ein Safe-Room kommt. Also blau und rot. Grün waren, da haben wir im anderen schon abgestellt, wa? Ja, das ist gelb falsch. Aber ich dachte, gelb ist richtig. Oder habe ich schon alles richtig hingestellt? Nur ich bin gerade so blöd. Kann auch sein. Hau ab. Aber es ist so wie der leichteste Örgarten. Ja, aber schon fertig sind. Ach, war die Glocke das Zeichen, dass wir fertig sind? Dann hauen wir mal schnell ab, bevor der Opa wiederkommt. Oh, hat der deine Gasmaske auf? Der sieht ja aus wie von... Ähm... ...und deine U-Bahn kämpft. Weiß gerade nicht. Ich glaube, wir sind hier fertig. Wir haben eigentlich alle Sachen schon hingestellt, so wie sie sein sollten. Und die Glocke ist bestimmt fertig. Was auch das Sargfotografien jetzt gebracht hat? Keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe nur gehört, man sollte es machen. Oh, da ist ein Schlüssel. Wo ist denn da ein Schlüssel? Wohin führt denn dieser Schlüssel? Confession... Confessionary? Confession? Ist das so... Confession Beicht oder sowas? Confession? Oh ne, glaube, oder? Aber der Schlüssel muss aber hingehören. Glaube, raus kommen wir nicht. Also, für die Tür ist es bestimmt... Bei dem Beichtstuhl vielleicht. Stimmt, der ist abgeschlossen. Okay, dann müssen wir wohl wieder zurück. Oh, hab ich mich gerade verirrt. Das passiert. Okay. Tatsächlich. Weichtsschlüssel. Stimmt, wo sage ich die Frau hier drin hin? Frau ist... ...born? 1951. Okay, was ist das? Ach, Madison. Okay. Das fehlende I. Das fehlende I. Ich hab's gewusst. Du bist... ...mein schlimmster Albtraum. Nimm das einfach von dem anderen... ...das I raus. Ist ja nett. Aber so langsam gewinnt man sich auch in Horror, wa? So langsam. Ist nicht mehr so schlimm, würde ich sagen. Ist nicht mehr so schlimm. So. Machen wir mal hier das I rein, wa? Das ist so wie das Logo vom Spiel, oder? Machen wir jetzt ein Foto? Oh. Ich wollte doch nur ein schönes Foto machen, Mensch. Oh, es ist wie ein Blutbild. Das ist gar nicht gut. Ich glaube aber, wir sind tatsächlich auch mit dem Spiel schon sehr weit, oder? Was ist das? Wenn ich mich nicht irre, müssten wir schon einen Großteil des Spiels fertig haben. Ich glaube, wir sind jetzt bei 50 oder 60 Prozent, oder nicht bei 70. Ich bin sehr froh, muss ich sagen. Okay. Hier ist ein Skelett. Hm. Sehr männlich aus, irgendwie. Oh. Kommt die Tür her? Wo kommt denn die Tür her, Mensch? Ach, das kennen wir doch hier irgendwo. Ist das nicht unser? Flur. Omi. Omi, 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 Omi. Sieht halt gleich aus, ja. Aber die Bilder kennen wir ja schon. Ach. Was sind wir los? Na ja, dann. Teuchern sie sich um. Und gehen sie nochmal denselben Weg, um dann wahrscheinlich noch selber zu finden. Sie sind jetzt eingesperrt. Ich warte auf den Jamskin, los. Kommt. Kommt, erschreckt mich. Ich. Ich. Lass mal die Tür offen. Vielleicht. Schwindet dann. Verschillen die Ziegestellen dann. Keine Ahnung. Oder die Tür. Oder die Bilder. Oder was heißt ich. Oder man kommt durch die Tür. What? Ja, das ist ja ein sehr normales Phänomen. Das kenne ich. Und die Tür ist jetzt auch zu. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Einfach rennen. Einfach rennen. Einfach rennen. Wer war das? War das Omi? War das Omi? So groß ist der Dachboden. Ja, krass. So, wir haben auch gespeichert. Und ich glaube. Ich glaube, damit ich hier nicht gleich am Herzenpark sterbe. Was ist für die Folge? Wir haben ja viel erreicht. Oh, jetzt haben wir entschieden. Jetzt denke ich mal beim nächsten Mal. Und. Ja. War doch schön, oder nicht? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020